Leute, ich muss ehrlich sagen, heute sehe ich ziemlich gut aus in der Facecam. Gell? Okay, Leute, schreibt erstmal Sinus, du bist hässlich in die Kommentare, danke. Ja, das ist ja auch einfach die Wahrheit. Ja, das ist ja jetzt auch nicht beleidigend. So, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge DICE und ich bin bereit. Dabei sind Basti, der Nerv, Klängern und Sinus. Hey, Leute, was geht? Hallo, ich bin Günther. Hi, ich bin Olaf. Und ja, wir hatten die erste Folge schon online und wir hatten abgecheckt und gesehen, dass wir die einzigen Teams mit Tiers waren. Das war auch schon nice, definitiv. Übel nice, übel nice. Habt ihr alle bereit gemacht von euch? Ja, also ich hab bereit gemacht auf jeden Fall. Und jetzt fehlt noch einer. Einer muss noch warten. Sinus, hast du? Ich hab gemacht, ja. Gomme fragt mich. Klängern auch. Klängern hast du? Ja, ich hab schon. Heißt du Klängern? Hab schon. Klängern, bist du da überhaupt? Klängern? Klängern hat. Ist er da? Wenn er nicht da ist, weiß ich nicht. Hallo? Hallo? Ja, jetzt hallo. Hallo? Meine Aufnahme ging nicht. Okay. Moment, ich muss nochmal starten. Sind alle auf dem Server überhaupt? So. Ja, mach bereit. Wollen wir das komplett nochmal neu machen? Wir warten alle, es warten alle auf dich. Du musst bereit. Mach mal bereit. Ich bin bereit. Achso. Ich bin bereit. Die Aufnahme läuft immer noch. Leu. Bei mir backt das Ding. Ja, dann bekommen wir aus meiner Aufnahme. Meine Aufnahme hat gerade ein wenig nicht funktioniert, aber jetzt. Du hast eine nicht so schöne Begrüßung jetzt, weil du sie machst. Ja, nein. Günther. 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 Also Team Günther ist bereit. Team Günther ist bereit. Ja. Team Günther ist bereit. Wie viele Dias waren wir jetzt gerade? Müssen wir nochmal, ich hab sechs, Teams hat elf und oben sind auch nochmal welche. Okay. Oben sind. Irgendein Idiot hat Zinger verpennt. Hä? Ich auch. Du hast dich schon als Anwesen und bereit eingetragen. Locker wieder Hunger. Nein. Nee, er hat's gemacht. Ich hab's auch gesehen, ja. Gamer-Sprime? Leute, ich muss ehrlich sagen, heute sehe ich ziemlich gut aus in der Facecam. Gamer-Sprime. Okay, Leute, schreibt erstmal Zinus, du bist hässlich in die Kommentare, danke. Ja, das ist ja auch einfach die Wahrheit. Ja, das ist ja jetzt auch nicht beleidigend. Aber einfach nur was. Das ist, ähm, das ist nicht gemerkt. Oh, Mann. Cheat-Time. Ach, Leute. Locker ist einfach das Plug-in kaputt. Ist sicher noch einer drauf, der gar nicht dazugehört. Es ist direkt vor mir ein Zombie. Es ist direkt vor mir ein Zombie. Ja, jetzt geht's. So, Leute, dann kannst du mir auch wieder zurück. Es geht weiter. Jetzt wird rasiert. Oh, Mann. Also, was steht dir jetzt an der Zeit? Ich spiele es pausiert. Die Zeit oben. Geht weiter. 30 Minuten. Also, wir haben jetzt jeweils wieder zweimal 15 Minuten. Läuft nicht. Ja, aber die Zeit oben läuft doch. Läuft doch, die läuft. Läuft doch. Oh, ich mach mal Sounds an, Leute. Sorry. Und ich hab auch gar nicht mein Textureback drin. Das tut mir alles leid. Oh, unproblemlich schon. Hab ich alles verpeilt. Ich geh nach oben. Wollst du ja rucklern? Halbe Stunde, Alter. Auf jeden Fall. Genau. Klängern du auch schon mal hoch. Und wir meinen noch weiter. Ich bin gerade in so einem Gang. Echt jetzt? Ja, ja, ja. Was? Wir sind direkt neben uns. Ach, hier ist eine Kiste. Und hier ist eine Kiste. Genau. Kurze Info für alle. Also, es gab bei uns wirklich keine Kisten. Wir waren das einzige Team ohne Kisten. Daher wurden jetzt im Nachhinein welche von uns platziert. Ja, genau. Und wir strip meinen jetzt noch ein bisschen weiter. Ich hab Glas, Blaze Powder und Blaze Rod. Okay, dann können wir ja schon ein Ding machen. Zur Taktik direkt von uns. Dann mach gleich Stärke. Darf man Stärke Tränke machen? Ich weiß es gar nicht. Die sind verboten. Komplett oder nur Level 1? Level 1 auch. Da hast du noch mehr Blaze Powder, Blaze Rod, Kliste. Äh, ne, nur Melon. Oder schaut nochmal Dokuments ans Notfalls nach. Oh, wir könnten Melonen anpflanzen. Ja, mach das. Mach das. Du bist ja oben. Also, Instant Heel Tränke. Ja, Moment. Ja, ich bin unterwegs. Ich sterb nur leider gleich. Also, so viel Eisen brauchen wir jetzt nicht mehr sammeln, ne? Ja, ein bisschen was. Ist das der Server? Ne, das bist du. Der Server ist Leckfrei gerade. Also, ich hab jetzt noch 30 Eisen gesammelt. Oh nein, das ist ein Skelett. Wir alle jetzt wieder verrecken. Also, unser Ziel ist es auf jeden Fall auf Dia-Rüstung zu gehen und dann Eisenschwerter zu verzeugen. Oh, ich hab Lapis wieder. Nice. Weil sich das einfach mehr lohnt. Und deshalb sollen wir jetzt noch ein bisschen Level. Ich hab jetzt 10. Und ich glaub, wir haben jetzt Ungelog am meisten Dia, ne? Also, ich hab jetzt... Ungelog! Ah, okay. Oh, der war echt scheiße. Der war echt scheiße. Der war so scheiße, dass... Oh, lol. Der war so scheiße. Zienes hat Krebs bekommen. Höchstwahrscheinlich sterben. Ich sterbe nicht vom Essen, oder? Ne, halbes Herz, wurde doch gesagt. Warte. Ja. Und wir müssen noch unseren Cube planten, aber wie wir gesehen haben... Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die haben alle in der ersten Folge schon teilweise gemacht. Die sind ja auch doof wie doof. Die doof wie doof Männer. Nicht so wie dir. Wir sind schlaue Männer. Wir sind ja auch Team Günther. 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 Ich bin zu der Konversation hier in der Aufnahme einfach nur episch, ne? Ja, wirklich, wir machen produktive, schöne Gespräche. So, eine Melone ist... Boah, nice. Aber jetzt geht's so ab, ne? Günther. Hast du Knochenmel? Günther. Ja, hab schon. Welcher Günther? Günther 2. Wir müssen uns jetzt eigentlich sagen, wer welcher Günther ist. Ich bin Günther 3. Ich bin Günther 2. Hä, warum? Hab nem Buch, hab nem Buch, hab nem Buch. Nice. Das liegt bei den Goldäpfeln drin. Ich hab auch nur noch drei Hungerbalken. Genau, wir müssen auch ne Ersatzkiste machen, ne? Das ist schon meiner Verwärter hier. Also mit Zeug, wenn wir sterben. Ich müsste halt echt dann direkt instant enchanten können, weil ich hab nur noch ein halbes Life, oder? Ja, aber wir können auch Essen... Achso. Ja, stimmt. Kümmert euch, baut alles an, was ihr könnt. Das ist ganz wichtig oben. Das ist so wichtig jetzt. Essen ist wichtiger als Dias. Ja, ich kann nicht alles allein machen. Dias, Dias, Dias. Ja, dann. Nice. Genau im Moment. Klängern, dann geh am besten und unterstützt sie. Acht Stück, acht Stück, Leute. Ich hab zwei Brote, zwei Brote. Haben wir jetzt ein Stack, Dias? Warte mal. Ich glaub schon. Ich hab jetzt insgesamt 19... Oh, nein, nein, nein. Ganze Essen packe ich jetzt in eine Kiste. Ich will nicht sterben. Oh, fuck. Oh, nein. Okay, wow. Sehr gut. Oh, ich hab's getötet. Nice. Ich hab nochmal Dias einfach, ja? Also... Ja, deine Dias sind aber nicht so viel wert wie meine. Wieso? Wirst du immer... Meinst du immer, du machst die besten Sachen? Ja, mach ich auch. Wieder Fronten hier. Nö. Bist du auch Günther 3? Bist einfach schlechter als Günther 2. Günther 2 im Günther 3. Ist es Tag im Moment? Ich weiß es nicht. Günther 3 ist ein besser Wisser. Der muss das so wissen. Okay. Oh, hier ist Redstone. Das ist nämlich für mich. Ich hab nen Braustand. Ich mach jetzt Fläschchen. Okay, nice, Mann. Dias. Dias, Dias. Nice. Alter, wie geil. Ich komm nicht mehr raus. Wo ist der Ausgang? Weißt du, an was mich das so stark erinnert? Fuck, wir müssen noch die Kiste finden mit Nether Wars. Wo ist der Ausgang? Hast du keine Nether Warsen? Nee, nee, ich hab nur zwei Kisten. Such noch weiter Kisten. Ich find den Ausgang nicht. Bau dich hoch sonst. Ich stack mich auch einfach dran am Ende hoch. Ich hab nur Angst, dass ich am Berg bin. Also es kann sein, dass ich gleich sterbe, aber ich hab nichts Wichtiges bei mir. Aber man sieht es bei mir gerade nicht so viel. Aber die Pfeile bringt noch ins Sicherheit. Günter. Günter. Günter, das fällt mir einfach immer. Günter. Ich glaub, ich werd mich jetzt mal daran machen, die Eisenschwerder direkt zu verzaubern. Echt schon? Hast du schon? Ja, so weit die Level. Du hast ja noch gar keinen Enjument Table, oder? Hä? Hat dich nicht angemacht? Was? Nein, ich hab brauchst schon gemacht. Ach so, okay. Nee, komm, komm. Du hast ja Obsidian dabei, weisweiß, oder? Äh, ja. Wir sind ganz nah. Wir sind ganz nah aneinander. Soll ich dir dann alles geben, dann gebe ich dir die Dias. Da unten ist noch ne Killschwerder mit. Theoretisch wärst du besser noch ne Killschwerder. Warte, Zinus, ich seh dich ganz nah. Dann hat's jetzt gar geleckt? Warum ist da ein Netter Quartz drin? Hast du ein Netter Quartz? Brauchen wir das nicht zum Bauen? Nein, Netter Quartz. Brauchen wir das nicht zum Bauen? Zinus, bleib stehen. Oh fuck, ich krieg Schaden. Dann nimm das, 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 das. Aber ein halbes Leben, äh, auf ein halbes Leben kommt man nur runter, oder? Ja, ich bin auch auf dem Haken. Ich erst jetzt roten Flash, einfach, ist mir egal. Ja, mach ich auch. So, ich bin jetzt voll. Hä, Alter, Essen wird ein krasses Problem, dann müssen wir uns, ja. Aber, ja, das Problem ist, wenn die uns anstatt, ähm, Rotten, äh, nicht Rotten, äh, Netter Quartz, äh, Netter Quartz, Netter Quartz gegeben haben. Ja, aber das haben die auch gemerkt, oder? Weißt du, vielleicht sind die doof? Ja gut, wir wurden ausgelassen, also eine gewisse Grunddummheit muss ja vorhanden sein. Ja, traurig. Ja, war wahr. Ich hab' gerade auch ein bisschen Angst, dass wir einen Netter Quartz bekommen haben, und nicht Netter Quartz. Oh mein Gott, wie lange. Ja, eben. Alter, das wäre echt. Ja, wir können das mal ja nach dieser Runde anmerken. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, weil wir konnten in der letzten Folge noch Tränke brauen. Ach, meine Freunde, ey, wie weit ist denn das hier noch hoch? So, wie sieht's aus? Ihr könntet dann auch noch helfen, die Festung irgendwie zu bauen, oder so. Und wir müssen uns einen Cube platzieren. Wer ist der Cube? Ich, immer noch nicht. Klängern müsste er, Cube Meister. Ey, ohne Witz, ich hab' jetzt vier Kisten geleert, es ist kein Netter Wart, also keine Netter Warts sind drin. Nur Netter Quartz? Netter Quartz. Wahrscheinlich on-mastern aber auch, ne? Nein, fünf Stück. Okay. Ja, Leute, dann melden wir das gleich. Dann melden wir gleich, ja. Haben wir Soul Sand? Entweder, nee, Soul Sand haben wir auch nicht, weil wir dürfen ja auch nicht in den Netter. Ich töte gerade Chicken und Schweine. Eine Dia-Spitzsacke verabschiedet sich gleich. Da oben, äh, haben wir Essen? Echt jetzt? Ja, ich hab' die komplett abgefahren. Wissen was in der einen Kiste? Wo? Warte mal, wo, was? Guck einfach in die Kisten. Ach da, okay. Ich muss mega aufpassen, ich hab' nur ein halbes Ding. Ey, lass' mal die Äpfel nicht essen. Ja, ich hab' nur noch zwei Hungerkoll noch. Alter, jetzt überall Sand. Ich kann mich halt auch gar nicht hochbauen, so richtig. Weil wenn ein Sandblock auf mich fällt, hab' ich genau dasselbe Problem. Also hier sind nicht mehr Kisten. Oh. Ey, ohne witz, ich hoffe ja, dass das... Oh Mann. Das wär' echt mies, gell? Das wäre dezent mies. Ich hab' noch bone meal. Oh, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Soll ich die Melone lieber machen oder das Weizen? Ähm... Ähm... Weizen. Melone kann ich gar nicht, die muss selber wachsen. Ja, genau. Und Weizen ist auch an sich, glaub' ich, sinnvoller. Okay, ich hab' gemacht. Ich bin mega aufgelegt, ne? Ja, ich bin auch. Ja, ich bin auch. Ich nicht. Ja, bis cool klängern, bis cool klängern. Ja, ich bin cool, danke. Nö, ich war jetzt ironisch, aber okay. Boah, Mann. Hast du nicht ein Buch gemacht? Ja, doch. In dem einen ist ein Buch drin. Oder hab' ich das beide? Ach, da, da, da. Ja, eins ist drin. Aber Obsidian fehlt noch, ne? Ja, das hab' ich dabei. Ah, Gold? Ich bin jetzt unterwegs nach oben, ne? Aber ich bin... Ich brauch' halt jetzt einen Moment. Ja, mach' mal. Wie sieht's mit der Zeit aus? Bei mir wird sie nicht angezeigt. 21. Nur noch? Ich mach' mal den Envil, ne? Envil? Ne, für... Aha, ja, klar. Ja, doch klar, logisch. Wie ziehen uns gleich so'n Schock... Hä, was? Envil? Bist du Pena, du Wichster, Alter? Ey, gib' gleich viel für. So... Ah, der Turm ist oben schon gebaut, ne? Ja, siehst du's doch. Ja, nice. Soll ich schon planten oben? Oh, ne. Eigentlich ja... Kannst du's ja machen. So, pass auf, ich pack' jetzt... Ich mach' kurz, äh, Holzkohle. Ne, brauchst du nicht. Ich hab' überall Stack Cola. Soll' wir schon DIA-Rüstung machen? Ne, würd' ich noch warten kurz, bis wir alles haben. Dann können wir ausrechnen, was wir brauchen können. Ja, dann mach' mal hin, damit... Also, meine DIA-Spitzack wird sich bald verabschieden. Soll' ich dann auch hochkommen, langsam? Ja, würd' ich machen. Dann beenden wir die Farming-Session. Ja, dann könnt' ihr helfen, äh, hier außenrum so'ne Mauer zu bauen und so. Okay. Ja, die ist bald kaputt gefarmt. Alter, wann komm' ich hier endlich raus? So. Also, ich hab' nur netter Quartz. Kein netter Quartz. Es muss langsamer Abend werden, damit wir Dings, äh, Bögen und sowas farmen können. Ein Bogen ist drin, den, den hab' ich grad... Ja, Fehl, Fehl. Ja, der ist kaputt. Was ist mit, äh, äh, Federn? Federn hab' ich sechs Stück. Okay. Wir brauchen dann nur Feuer. Ich hab' kein Dings mehr. Ich hab' keine, äh, Koppelszone. Ich bin draußen, dort, direkt bei der Border, Digger. Da, hier, hier. Ich bin einfach direkt bei der Border. Jetzt darf' ich gar nicht sterben, ne? Sonst hab' ich ein Problem. Soll' ich das Schaf noch töten? Kein' Ahnung. Ja, hat Fleisch gedroppt. Ist zwar gute. Nice. Es war gut. Das Essen hebe ich mir auf, äh, für den Kampf. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Ich hab' jetzt, ich hab' ein halbes Herz und fünf Level. Ich hab' jetzt 13 Level und ein halbes Herz. Ja. Vielleicht gucken wir einfach, dass ich meine Level loswerde und dann kann ich sterben. Ja, genau. Ich hab' auch 13 Level. Das ist ja das, das, das ist ja das Ziel gerade. Deshalb komm' ich ja überhaupt hoch. Ich hab' jetzt auch, ähm, nur noch einen halben Hungerkeule. Ich werd' also auch bald auf ein halbes Herz runtergehen. Wann seid ihr, äh, da? Ich bin jetzt da. Okay, gut. Wir haben ein Problem. Ich, du musst mich hin... Nein! Oh, zweieinhalb Herzen. Fuck. Okay, easy. Wir haben jetzt alles hier ready. Hast du mir das Buch? Das Buch müsste da drin sein. Ist in der Kiste. Da, hier. In der rechten. Ah, so. Hier. Let's go. Guck mal, ich geb' dir mal den Staff. Darum kümmerst du dich jetzt kurz. Kann ich das machen? Was? Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe Lapis, alle für alle Lapis. Ach, du hast den Zaubertisch gemacht? Ja, dann mache ich die Schwerter. Ja, wir können ja alle für sich selber die Schwerter kurz machen. Na, ich habe ja 13 Level. Lass mich das dann machen. Aha, ich habe... Ja, genau. Weil ich habe Angst, wenn ich sterbe, dann... Dann Leute, ich komme hoch, ich fange an mich hoch zu bauen. Wir haben jetzt... Ähm... Hat jemand noch Knochen? Ähm... Ne. Wir haben jetzt... Zwei Brote, neun... Porkchop... Immer nur auf Level 1 verzaubern, oder? Ja. Ich habe schon Sharpness 2 jetzt. Aber ich kann nicht. Hast du den Anvil? Eine Melone ist gewachsen. Äh, den habe ich geplantet. Wo ist er? Ah, hier. Sharpness 1? Es ist eine Melone gewachsen. Ich habe jetzt... Ich habe jetzt Sharpness 2. Die Melonen, die hier wachsen... Soll ich noch? Ah, ich habe Sharpness 1, Unbreaking und Knockback. Das ist aber nicht so gut, oder? Oh, ne. Das ist nicht gut. Warum? Knockback? Kannst du runterpocken. Sharpness 1, Knockback. Aber das kann man nicht so gut zusammenfassen. Ja, das kostet dann mehr. Sharpness 1. Nice. Äh, wo ist... Sharpness 2 ist besser. Ja, klar. Mach direkt, Sharpness. Ja, Sharpness 2 Eisen ist schon besser als Dia 1. Wie viele Level hast du? Wie viele Level hast du? Ich habe sieben noch. Achso. Okay, gib mir, gib mir. Mach das. Ich habe fünf Level. Mach was für mich. Mach was für mich. Crafte die zwei zusammen, dann habe ich Sharpness 3. Knockback 1, fuck. Ich habe noch eine Hölle gefunden. Alter, wie OP. Sharpness 3, Sharpness 3. Hier ist ein Skelett, das würde ich gerne killen, aber ich würde sterben dabei. Leute, jetzt mal ohne Witz, ich will ja jetzt hier nicht halten, aber wir sind schon ziemlich gut. Ja. Guck mal, 55 Dia's haben wir. Ich habe vier Level. Soll ich mal für jeden einen Brusthaar nicht machen? Ich mache mal noch einen Gold. Das kannst du auf jeden Fall schon mal machen. Wie lange geht die Folge noch? Zwei Minuten, ne? Ich mache für alle einen Brusthaar nicht. Brusthaar nicht. Brusthaar nicht. Ich tue mal die anderen Schwerter ohne Sharpness. Also wo noch was anderes drauf ist, da rein, ne? Okay, wir haben nach vier Brusthaar nicht, haben wir immer noch 23 Dia's. Wie viele? Ah, du hast keine mehr weiß, oder? Da haben wir noch Gold drin. Ne, alles gegeben. Ich entstande meinen kurz mal. Ich komme jetzt auch gerade hoch, also ich bin da in Farm und wir werden nicht mehr Staff haben. Hast du Lapis für mich? Schatten das ein. Lapis hatte ich dir gegeben, Sinus. Richtig viel. Hast du mir kurz Lapis gegeben? Rain of Anthropos. Lapis, äh, so, ja. Hier. Wenn ihr euren Brusthaar nicht verzaubern möchtet. Nice. Warte mal. Du hast es wieder eingesammelt. Wo sind wir hier? Äh. Wenn du dein Brusthaar nicht verzaubern willst. Protil Protection. Protection habe ich... Oh, ich brauche noch ein Level. Warte mal, wer hat noch ein Level? Ich habe 19 Level. Ich komme gleich mit 19 Level hoch. Wer hat noch Level sonst von hier? Soll ich den Brusthaar nicht auf Brake-Tie-Protection machen? Ne, Protection. Protection, Protection. Basti, hast du noch Level für mich? Ich habe vier Level, ja. Kannst du meine Schwerter zusammen verzaubern? Was? Ich habe nämlich auch zwei Sharpness-2-Schwerter. Ja, da brauche ich ein Level noch. Warte mal. Ich muss Sachen dann aus dem Ofen... Ja, dann nimm aus dem Ofen. Soll ich hab, ich hab, ich hab. Hast du Lava dabei, Weiß? So, wieder Sharpness-2. Äh, nein. Nice, wir haben noch einen Sharpness-2. Aber ich habe... Aber ich habe einen Weg direkt, der runter zu Lava-Seen geht. Okay, dann machen wir in der nächsten Folge noch Lava. Ähm. Ich habe jetzt noch... Obsidian-Farm. Ich habe jetzt noch 23... Oh scheiße, es ist ja fucking Nacht. Ey, wir haben noch... Ich habe noch 23 Dias. Soll ich für drei Stück von uns noch Dia-Hosen machen? Ja. Äh... Ja, ja. Ich habe jetzt vier Goldäpfel noch drin. Sonst brauchen wir. Ich kann noch mehr machen. Oder soll ich... Ich kann noch mehr machen. Oder soll ich zwei Dia-Hosen und der eine macht Full-Dia. Ist dann unser Tank. Mh... Ne, ich würde es gleich aufteilen. Ne, ich würde es gleich aufteilen, ja. Aber dann habe ich noch zwei Dias übrig. Dann wäre es besser, wenn ich für jemanden noch Schuhe mache und Hose. Weißt du, wie ich meine? Ja, okay. Okay. So Leute, ich bin auch da. Das Spiel ist pausiert, steht... Hä? Hä? Nein. Ne, ne. Bei mir steht, das Spiel ist pausiert, steht gerade oben. Ne, bei mir noch nicht, ich habe noch... Es war eben Anzeigenfehler zwischendurch. Lol. Ach, jetzt steht da, Bauphase endet in... So. Okay, ich habe hier euren Dia-Stuff drin, hä? Dann gebt mir mal Eisen, dann fange ich an zu entscheiden. Ähm... Ich habe hier... Was habt ihr... Wo hast du was drin? Dia-Stuff? Dia-Stuff für euch. Nehmt euer Zeug. Wer noch keinen Dia-Stuff genommen hat, soll sein... Ne, den nehme ich noch nicht erstmal entschadigt. Nehmen wir komplett ein Dia, oder was nehmen wir? Oder wie viel kriegt ihr da? Äh, jeder kriegt... Eins wird eine Hose, jeder kriegt einen Brusthahnisch, oder... Und drei Stück kriegen eine Hose, oder zwei Stück kriegen eine Hose, und einer Schuhe, und einer... Warte mal, wir wollen das mal rüber, ne? Okay. Ey, wir müssen die Burg noch weiter bauen. Ja, eben. Machen wir in der letzten Falle. Ich gehe mich jetzt ganz kurz sterben. Ich gehe mich jetzt ganz kurz sterben. Hä, warte mal. Ich gehe jetzt auch... Ich sterbe jetzt auch kurz. So. Wo ist der Anvil? Äh, oh, der steht dahinter. Oh, wir haben noch Gold, das müssen wir noch schmelzen. Alter. Alter, wie krass, ich habe einfach ein scharpenes 4... äh, 3 Schwert, ne? Ich habe auch ein scharpenes 3 Schwert. Ich auch, ich auch. Wir haben 3... Oh, das Spiel wurde passiert. Ich kann aber noch... Stopp. Okay. Lass leften. Ja, Leute, ich habe jetzt gefallen. Bis jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss.